Ich glaube, das ist ein besonders sehenswert. Okay, wo sind wir hier? Hey, 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 hey. Hey, Kippel Keating. Was geht? Was schaust du denn da an? YouTube-Video? Schaust du meine Videos an? Na, haben wir die Videos, sieht es aber nicht aus. Geh YouTube! Komm schon, geh YouTube. Ich will dir ein Video zeigen. Nimm dieses Let's Play hier. Okay, genug Werbung für mich selber gemacht. Scheiße, wo habe ich jetzt meine Waffe hin? Meine Waffe ist weg. Oder habe ich nur diese? Was machst du? Geh YouTube! YouTube? Hallo? Hä? Alle sind hier am Laptop. Na, was macht er denn? Okay, muss ich da auch was machen, oder? Nö. Nein, wie geht's denn so? Rieke! Oh nein! Hier sind die Verletzten. Okay. Einen Rubin haben wir gefunden. Aufstehen! Aufstehen! Wir rücken vor! Ich bin bereit, im Gegensatz zu den anderen hier. Zuhören! Die Evakuierungszone wird schwer getroffen und wir müssen die letzte Zeit verschaffen. Ruhe! Fohlen Sie Sgt Foley. Folgen Sie Sgt Foley. Machen wir das mal einfach mal. Auf eigene Verantwortung, Part 11! Das weiße Haus ist da vorne, oder ist es das weiße Haus? Ja, gell. Wow. Das sind die Gegner. Die USA lebt ihren Träumann. Und jetzt wird auch noch das weiße Haus angegriffen. Ist das das Ende der USA? Wird der Kommunismus die Welt erobern? Diese Schlacht entscheidet es. Hi, da gibt's eine Waffe. Wo ist sie? Mitnehmen, mitnehmen! Ich will die Waffe. Wo ist die Waffe? Hier ist sie. Hi, genau. Perfekt. Wir müssen das weiße Haus wieder erlangen. BAH! Wo sind die Gegner? Ich sehe sie gar nicht. Ne, runter. Ohohoho, hier geht ganz schnell die Post ab. Ah! Komm schon, springt schnell über den Zaun. Mit der Waffe bin ich es nicht gewohnt, da kann man nur ein paar Mal so schießen. Granatenwerfer benutzen. Granatenwerfer. Ah, scheiße. Runter. Hey? Egal. Wohohoho, schnell, schnell, schnell. Run for your fucking fucking life. Komm, die sind jetzt hier. Hab ich euch gesagt, ihr seid auf mich schießen? Nein. So, ich bleibe jetzt hier. Sag, hast du mir schon mal gesagt. Aber danke, dass du es mir wiederholst. Ups. Okay, hier gehe ich jetzt immer hin, wenn ich mich regenerieren muss. Ich beeiniere mich ja schon, Leute. Hm, die scheint mir besser zu sein, die Waffe. Ja, ist sie auch. Die hat nicht immer diese Pausen danach, bei den zwischen den Schüssen. Wohohoho, Leute, hier 2-1. Wir sind drinnen und drücken in die oberen Stockwerke vor. Wieso, müssen wir jemanden holen? Den Präsidenten oder sowas? So sieht es weiß aus, also... Weiße Haus sieht also so von innen aus, okay? Na, hier liegt ein Verletzter. Der mir leckt ja auch ein kleines bisschen. Na, kommst her. Kommst her. Komm her. Der... Es ist keine Zeit für Granaten schmeißen. Wohoho. Oh, ich hab den Notebook... Äh, ich hab den PC des Präsidenten zerstört. Kommt passieren. Boah, der hat da sogar ein... Der hat sogar ein Getränke... ... äh, Getränkeautomaten. Getrug my job. Was kauft uns denn so da? Hm. Ich hab gar kein Messer dabei. Ah, doch, hab ich. Ich bin gerade die Messersteuern aus Battlefield 3 gewohnt, weil ich momentan sehr viel Battlefield 3 mit Walzer zogge. Sie von hinten anschleichen, was? Wow. Hä? Da ist jemand drin. Komm raus. Komm raus. Pass auf. Ist da jemand drin? Hallo. Geht der Licht irgendwie an? Hallo? Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Naja, egal. Ihr seid schon im ersten Stockwerk. Wartet das halt auf mich. Nein. Panzerwagen von Brigadekampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstand 2.1. Gute Jahr. Nein, der platziert jetzt durch die Leuchtsignale, ne? Naja. Ende unter Sperrfeuer in Sektion 2 Echo. Klar 2.1. Kanate! Ecklir! Hallo? Hier ist niemand. Ich habe alles schon gesäubert. Obwohl er niemand war. Was soll ich jetzt wieder? Da geht es hoch, habe ich gar nicht gesehen. Na gut, ein leichter Weg in den zweiten Stock. Was? Vierter Stock schon? Ne, wir rücken den vierten Stock vor. Achso, da geht es gleich zum vierten Stock hoch, okay. Was ist das? Ein Feuerlöscher. Da kann man ein bisschen für Ableckung sorgen. Oh. Dun hat uns drauf gebissen. Und ich muss mir ganz kurz an ihre Nase reiben, weil ich habe da... die Schnäuzeln. Guten Tag, ich möchte gerne einen Termin beim Präsidenten. Können Sie mir dabei hilflich sein? Sind Sie der Präsident? Oh, das Level hat es in sich. Bereithalten zum Angriff. Ach, sie soll es fein, die Sack ist doch. Überrascht mich doch nicht so. Was habt ihr denn da? Ist das ein Flagggeschütz? Oder irgendein Kriegsgerät? Gleich sterbe ich, 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 gleich sterbe ich. Nein, ich lebe noch. Sehr schön. Aber jetzt sterbe ich gleich. Betten? Wow. Hey, Herr Präsident, ich habe Ihren Tee gebracht. Was macht der denn? Toten-Masturbation. So, mal schauen. Okay, die muss ich einsammeln. Ist wahrscheinlich ein Nebenquest oder so. Die Waffe taugt mir noch mehr. Eine meiner Lieblingswaffen. Sag ich jetzt einfach mal. Vorsichtig vorrücken. Hier sind überall Feinde im Weißen Haus. Wenn ich wusste, werde ich die amerikanische Flagge weggetan und eine russische aufgestellt. Naja. Kann auch sein, wenn sie es gerade eben erobert haben oder so. Was weiß ich. Ach, die hat jetzt nur so einen scheiß Lauf, dass man immer nur einzeln schießen kann. Auch wenn man mag, sie war für doch nicht. Oh, Lord, wir sind im vierten Stock. Rücken zur südwestlichen Ecke vor. Aktivität gesichtet. Auf die Sektoren achten. Da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Ja, genau. Dich habe ich gesehen. Okay. Alles klar. Nein, doch nicht. Ein Fehler. Hallo? Du schon wieder. Ach, schon wieder dieser Blender. Ich warte immer noch. Nein, das geht doch. Was ist das für eine Waffe? Stryker? Die soll gut sein, habe ich gehört. Keine Ahnung. Die Waffe kommt mir so bekannt vor. Also wird sie wohl gut sein. Ich glaube, die ist eher für Massengegner da. Weil die Schussfeld so groß ist, sag ich mal so. Ah, komm, lass mich mal ran. Ach, das ist eine Shotgun. Okay. Ich dachte, das wäre so eine harte MG, die so ballert wie der Teufel. An alle Hunter-Einheiten, ich sehe das feindliche Krähen-Nest in der Südwest-Ecke. Was siehst du Krähen-Nest? Was für ein Krähen-Nest? Oh, ich habe sie auf mich aufmerksam gemacht, ne? Wir haben hier ein Geschenk für euch, weil ihr mich erkannt habt. Komm her. Erstmal nachladen. Kann mir nicht dauern. Ihr seht es ja, die Munitionsanzeige da unten. Ah, ich habe Claymores. Die könnte ich eigentlich auch noch verwenden. Hallo? Lebt da noch jemand? Nein. Hm, Ketchup. Was ist das für eine Säule? Oder ein Obelisk? Ich wüsste, ich kann wetten, die Amerikaner wissen, was das für eine Säule ist. Ich weiß es nicht. Nur eine Vermutung. Also, falls ihr Amerikaner irgendwelche Wurzeln habt und dieses Video steht auf Deutsch, dann könnt ihr mir schreiben, ob ihr dieses Gebäude da kennt. Wobei ich nicht glaube, dass ein Amerikaner das sehen wird und mich verstehen wird. Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich einen Heli damit abknallen? Hä? Scharfschützengewehr, okay. Wo sind die Gegner? Wen soll ich abkline? Vorwärtsdrücken. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Was soll ich tun? Sag's mir nochmal. Die Fahrzeuge. Du, ich glaube, das geht eher schwer. Was? Wo ist denn deine Feinde? Die Infanterie. Wenn sie es mir sagen können, wäre das sehr hilfreich. Nein, egal. Hol ich mal den Heli da vom Himmel. Na, habe ich noch einen Moni? Ja, weg mit diesen russischen Fahrzeugen. Ja, weg mit diesen russischen Fahrzeugen. Habe ich denn noch geschossen? Ach, Schnauze. Ich mache, was ich will. Außerdem sehe ich die Feinde eh noch nicht. Sind das die Feinde? Kann sein, dass sie es verbündet sind, aber was soll ich das wissen? Also wir sind befreundete, ne? Weil hier eine Ami-Flagge ist. Nehme ich mal an. Also rein von der Logik her. Kann auch sein, dass sie das Gegner sind. Ich knallse einfach mal ab. Was soll ist? Ist eh ein Safe drin, falls ich da irgendwas failen werde. Ich glaube irgendwie, das sind Verbündete. Ist auch egal. Na? Ist da noch jemand? Na komm schon, ich seh dich nicht. I can see you. Oder wie John Cena sagen würde, you can see me. Also. Das ist ein... Okay, die ging daneben. Na komm schon, zeig dich. Zeig dich. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Ach, eh, ist schon vom Himmel geholt worden. Ja, fahr auf so Stress zu machen. Wo sind denn der Gegner? Sag's mir. Also ich kann niemanden sehen, außer der da vorne. Das heißt, das muss nur ein Gegner sein. Ich knallse jetzt einfach ab. Scheiße, auf die Mission. Ziel erfüllt. Okay, das war ein Gegner. Ich bin zwar angeschlagen, aber ich kann noch kämpfen. Ja, bitte schon. Ja, bitte schon. Und sind da noch Fahrzeuge. Okay. Diese Fahrzeuge war unnötig. Die sind wohl gerade gekommen. Um zerstört zu werden. hoffentlich habe ich genug moni ich glaube schon ich habe bestimmt endlich munition ok der ist dauernd ja besteht mich so ist mir egal ein ist mir nicht egal dass mich in ruhe sind sie auf mich auch mit aufmerksam geworden glaube ich ok youtube my job ok spiegel gespeichert das ist doch die hauptsache nach erreichen in einer minute und 30 sekunden mann jetzt muss man schnell sein ach endlich haben wir eine gescheite moni äh knarre jetzt sterbe ich sterbe jetzt wetten ja wo soll ich jetzt hin ist ja irgendwo ein anzeigen ach da oben ok dann bin ich wohl zurück gegangen schneller 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 wo ho 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 ach was sie haben doch genug zeit eine minute ist ne menge zeit bewegung los 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 in zweifel mal ein knapper legen können aber egal ach das wars schon ist das level schon vorbei ne ich darf schiessen nipu schiessen 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 komm schon komm schon nipu schiessen heb ab kämen wir aus dem ersten ins call of duty so sind der gegner verhindern sie die gelegen heizziele weg spielabsturz spiel ist abgestürzt so nach dem absturz habe ich das jetzt wieder bis hierhin weiter gespielt schießen wieder aus dem heli darf ich sollte ich abschießen sitz fukka töner fiel tschüss mit euch so nimmt das genau hier ist es jetzt abgestürzt vorhin so euch mal ein bisschen schaden an ach ich liebe sowas wie gesagt habe ich das schon gesagt ja im letzten part ne ach ihr merkt ich sage jetzt nicht so viel weil ich gerade das schießen genieße ach schön das spiel hat eine schatten seite aber auch eine seite wo richtig richtig spaß macht so wie diese hier zum beispiel die macht richtig bock auch raketenwerfer vorhörler wir sind getroffen aber doch in der luft am justizministerium ist eine riesige raketenmatterie wir greifen an wir sitzen bei diesem Röhrenkontroller ich sag euch wenn wir runter gehen nehmen wir diese raketenstelle und mit uns auf oh war 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 was los ach ja ich bin der familie abgestürzt genau wo bin ich jetzt ach danke kollege oh wenig munition wie komme ich denn jetzt aus dem ding raus kann ich da überhaupt draus oh scheiße keine munition ach ich glaube jetzt sterben wir wahrscheinlich ganz sicher ne ich habe keine munition mehr an w als mich Vielen Dank.